Hallo und herzlich willkommen zum täglichen Horoskop. Los geht's! Karriere Die beruflichen Ziele, die Sie erreichen wollen, werden Ihnen nicht auf einem Silbertablett serviert. Wenn Sie wirklich wollen, dass Ihre Träume in Erfüllung gehen, müssen Sie dafür arbeiten. Jetzt ist es an der Zeit, sich anzustrengen, anstatt sich zurückzulehnen und auf ein Wunder zu warten. Gesundheit Die heutige Ausrichtung der Planeten gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Gefühle ernst zu nehmen, ohne sich von den ernsten Erwartungen, die Sie zu anderen Zeiten des Monats an sich selbst stellen, täuschen zu lassen. Was bedeutet es für Sie, Ihre Horizonte zu erweitern? Es ist vielleicht an der Zeit, das herauszufinden, oder, wenn Sie wissen, was Ihnen Auftrieb gibt, fragen Sie danach. Selbst etwas so Bescheidenes wie ein Strandspaziergang mit Ihrem Hund könnte die Antwort darauf sein, sich Ihren wahren Gefühlen zu öffnen. Liebe Die derzeitige Astralenergie bedeutet vielleicht nicht, dass Sie die aufregendste Nacht aller Zeiten mit Ihrem geliebten Menschen erleben werden, aber Sie werden sich in seiner Gesellschaft ausnahmsweise wohlfühlen. Normalerweise sind Sie so sehr damit beschäftigt, anderen zu helfen und sich für wohltätige Zwecke einzusetzen, dass Sie oft vergessen, dass Ihr Partner Sie von Zeit zu Zeit auch in seiner Nähe braucht. Genießen Sie es, einfach in seiner Nähe zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie in Zukunft nichts verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Kanal. Bis zum nächsten Video.